Hallo meine Freunde und Willkommen zurück zu RoboCraft. Hier seht ihr gerade mein neustes Machwerk rotieren für Tier 1. Da stürzen wir uns doch direkt mal in eine Schlacht. Was lange wehrt, wird endlich gut. Nach über 3 Minuten Wartezeit endlich im Team Deathmatch. Schöne, die erste Team zu erreichen haben. Die Battle für Spencer Dam ist begonnen. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Das war's. Puh, eine lange Jagd. Ah, Blutschneide zum Team. Ah, Blutschneide. Ah, Blutschneide. Let's find animals. Zeus. Ah, Blutschneide. Oh, der saß direkt unter mir, dass da nichts passiert ist. Und zieh da hinterher. Ähm, wo ist der hin? Ah, mal kurz verstecken. Ah, ein Eidler. Ich hab wahrscheinlich den Antrieb vergessen, so wie es aussieht. Oh, das war's. 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 Ich glaub, das wird nix mehr. Zumal der hier auch gleich, ja. 11 zu 14. Ah, schade. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Mal schauen, das war's. Das war's. Mein kleiner, neuer, feiner Bot fürs Tier 1. Mal schauen, was ich da noch rumbasteln kann. Bis zum nächsten Mal. Tüdelüben. Tügel. 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 Vielen Dank.